äh, Etikette, kein direkter Effekt, doch von Gerüchten bei Hofe Kunst der Etikette, einfach mal äh, wollt ihr mich wie einen Idioten dastehen lassen, euer letzter Brief war so voll mit obskuren Begriffen, dass ich nicht einmal jeden dritten Satz verstand, äh, schade, hätte ja klappen können, ähm, ja, nö, das schaffen die auch so anfreunden, ähm, prestigeträchtige Außenwirkung, Komplottstärke plus 5, erhält Fortschritt, bewunderte Taten, ah, nee, nehmen das Prestige direkt und gehen nach Hause, damit oh, da kommen unsere Gegner süß ja, und das passi- 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 passierte mir leider schon vorher dass er ermordet wurde unser Sohn Eirikre ach, schade, schade, schade so wir können Bündnisse aushandeln machen wir und machen wir ah konkubinen nehmen, wir haben leider noch niemanden jai zwei Bündnisse oh, Belagerung gewonnen und wir haben oh ja unseren Gegner unseren Feind gefangen genommen und seine Frau ja, wow wen haben wir denn da nicht gefangen genommen? warte mal kurz wen haben wir denn da nicht gefangen genommen? wir haben wir haben also den gegnerischen Jahr gefangen genommen seine Frau und sein Haupterben wie alt ist eigentlich seine Frau? oh ja, nicht gerade so krass, aber nun ja für den Anfang reicht's sagen wir mal so dann werden wir mal unsere Forderungen erzwingen so dann werde ich werde ich meine Truppen auflösen oder werde ich die hier rüber mitschicken? weißt du was, ich werde die auflösen oder wisst du was ja, wir haben jetzt hier auch Champions das sind also unsere Armee Anführer und wir können Kriegsvölker äh, erschaffen und wir werden alle Armeen auflösen oder ich werde das machen ähm, ja so haben wir schon mal eine Provinz mehr ähm, was wollte ich jetzt machen? ach ja niedrige Gemeindekontrolle ähm das bedeutet, wir gehen nicht an den Hof hier hin aha mehr Kontrolle ah, jetzt ein bisschen ticken lassen gehen wir oder schicken wir mal nach Möhre ähm ja was könnte man denn jetzt noch machen? hm hm also ich weiß ja auch nicht sie ist 18 hm hm ähm hat zwar keine vererblichen Traits aber naja wieso nicht als erste Konkubine kann man das dann schon mal kann man so jemanden dann schon mal nehmen ja kann man dann schon mal machen immer mal gucken wie läuft denn das hier drüben nicht ganz so geil viel zu viele Truppen ähm der Motor äh liegt mit Siegfroth wird es glaube ich ausgesprochen Siegfroth aber bin mir da nicht ganz sicher ähm im Zwist äh wie kann eine Kröte wie ihr auch nur ansatzweise meinen die ideale Verkörperung der Familienwerte der von Afmünse äh Munse meine Fresse zu sein äh Gott kein Streit innerhalb der Familie äh sollen sie doch in Ruhe streiten sollen sie machen so verlieren wir wenigstens ein bisschen Anspannung so so wer wird denn unser nächstes Ziel eigentlich oder werden wir erstmal äh ne wir sind im Krieg wir können nicht als Räu also unsere Armee als Räuber ausheben wem wollen wir denn jetzt noch den Krieg erklären er hat ein Bündnis mit muss das mal ganz kurz verschieben mit wem hat er denn ein Bündnis ach mit ihm ja gut mit einem meiner Vasallen ähm 744 aber erstmal no äh achja unser Komplott ist ja weg ich kümmere mich wohl erstmal darum und zwar Freundschaft mit ihr so hat sie irgendwelche Traits was es ist nachsichtig das gefällt mir irgendwie nicht so und wie alt bin eigentlich ich achso naja komm ja machen wir das halt ähm wo war ich jetzt stehen geblieben nachher nachher dabei ihm den Krieg zu erklären für die Grafschaft er hat noch einen Verbündeten nachher ihm aber der wird nicht mit beitreten weil er mein Vasall ist just say ok so wir bewegen uns übrigens nicht mehr auf Provinzlevel sondern auf Baronie Level haben wir hier einen Vorteil das ist ausgeglichen hm hm ich werde ihn mal kurz umgehen passt schon Moment wo ist denn hier die achso das ist die naja ich werde mal kurz außen rum gehen sollen sie mich doch auch belagern und jetzt können wir einen neuen Vorzug im Diplomatie Lebenswandel freischalten da werde ich den Patriarch erstmal nehmen für die Fruchtbarkeit den Anspannungsverlust ja und das alles so jetzt sind wir der Patriarch so wenn sie mich angreifen wollen sollen sie das tun wenn sie mich belagern wollen sollen sie das ebenfalls tun wenn sie die angreifen wollen hier sollen sie das halt auch tun stört mich nicht ähm nein nein ja verliert es halt aber ganz ehrlich ich werde mir doch keine Schulden aufbürden von wegen dass jemand einen Gefallen gegen mich hat in der Hand hat ganz ehrlich soweit kommt es ja wohl noch nun gut jetzt haben wir belagert wir haben Dukaten erhalten und sind bei 58% und jetzt hätten wir einen Vorteil die haben die höhere Güter aber wir haben einen besseren General also besseren Anführer wait a millisecond äh äh feindliche kombatanten ja darum kümmer ich mich gleich Georg als Befehlshaber aha interessant wie gut ist uuuuua also Moment falscher Reiter äh Champions der hat halt hier eine 18 im Kampfgeschick und unser Schlechtester hat eine 1 also ihm werde ich es verbieten und ihn werde ich an den Hof rekrutieren für ein bisschen Geld so dann haben wir wieder einen sehr guten Champion äh Moment wie konnte man die nochmal austauschen ah ja hier und zwar unser guter Georg wird jetzt die Armee anführen und zwar laufen wir mal dahin naja und das wollte ich mal noch gucken architektonische Expertise sehr schön finde ich super die werden bestimmt auch hier hinterflüchten sooo nehmen wir doch Yay wir haben den Krieg wo wir von Anfang an drin sind äh drin waren gewonnen sehr schön und wir haben uns mit unserer Tochter angefreundet finde ich super sooo mit wem können wir uns denn mit unseren Brüdern natürlich wieso denn nicht Freundschaft fangen wir mal an natürlich ist das dann immer schade wenn die sterben weil dann wächst unser Anspannungslevel aber gut okay was soll man denn machen es ist halt so was haben wir denn hier bei oh wir können jemanden sie ist 23 das könnte aber nur gelingen aber wir haben noch nicht das Gesetz und gleich ja das nächste und außerdem ist sie schwanger unzüchtig keuscht also sonst hätte ich sie jetzt halt eingesperrt und zur konkurine genommen aber lass mal ähm aber damit man da mal ein bisschen was machen kann wo war das wo konnte man das nochmal einstellen ich weiß es grad gar nicht mehr wie man sich sowas nicht merken kann naja ja kostet mich ein bisschen Prestige aber passt schon so ja werden wir halt jetzt hier mal noch schnell belagern dann sind wir damit auch durch die wollen das hier halt entlagern das sollen sie halt mal machen ich bin doch eh schneller fertig mit belagern so haben wir belagert werden wir unsere Forderung erzwingen sehr schön so wen haben wir denn jetzt als Gefangenen hinrichten könnte man machen aber ich glaube da ist mir jetzt gerade 10 Geld lieber so dann haben wir hier noch einen Stamm mit dabei den werde ich aber höchstwahrscheinlich dann abgeben äh kein äh naja sehr schön äh ich werde jetzt einfach mal alle auflösen und ja das kann man jetzt auch ein Feindgebiet machen wenn man über diesen Button geht oder über den da aber sonst kann man das vergessen also sonst geht das halt nicht so Westgoldland ich meine ich muss ein bisschen Prestige sammeln äh um zum Beispiel Herzogtum zu erobern wir haben einen Anspruch auch okay äh was kostet weniger das kostet Prestige und das kostet Pietät ich nehme jetzt erstmal obwohl was bekommen wir denn wir erhalten den Titel ähm und hier wir erhalten den umkämpften Titel naja gut äh aber ich werde trotzdem auf Skara gehen Ziel ändern Skara bestätigen Krieg alle ausheben ähm und ja ich bin ein relativ aggressiver Kriegsführer oder Kriegstreiber in diesem Spiel ach ja muss ich hier halt auch machen Bündnis Bündnis ja das gibt alles nochmal schön Diplomatie diese Bündnisse das ist genial so dann werden wir mal kurz ein klein wenig belagern und ja ich werde Dinge abgeben abgeben müssen äh ja ja sehr schön oh hallo ich bin schwanger jay wir sind Freunde das heißt äh wir gehen gleich zum nächsten Bruder über Bruder und Freund er ist 44 43 31 ja werden wir wohl mal befreunden befreunden wir werden uns mit unseren Brüdern befreunden und ja das meine ich ernst äh Geschichten ähm uh nice jay er hält Fortschritt so oh wir haben schon belagert was wie wann wo warum hä hä nee mich freut's ja und übrigens wir müssen hier anders als in Crusader Kings 2 jetzt keine Schlachten mehr gewinnen wir kriegen nämlich Kriegspunkte durch gehaltenes Ziel Schlachten äh Besitztümer wenn wir alles besetzen haben wir schon 100% und durch Gefangene wichtige Gefangene Loyalität oder Angst ähm man könnte jetzt den großzügigen Lebens herbekommen was aber heißt weniger steuern 20 Schrecken erhalten oder einfach unsere Meinung von irgendjemandem verbessern da würde ich eher die Meinung verbessern gegen wen ist er eigentlich schon wieder im Krieg äh er ist im Krieg mit äh mit ich kann es nicht ganz so kennen von Wessex ok Östergotland mit einem Vasallen von uns und mit Blekinge ok nun gut ja auch unsere Vasallen werden äh werden Krieger erklären so bin ich ja pff ich war ganz überrascht dass ich hier auf einmal Besitztümer hatte hier glaub hier noch irgendwo oder hier unten na hier unten noch und hier irgendwo noch hatte ich ja alles Besitztümer und wir haben so viele Geiseln genommen also wir haben 77 Punkte durch Belagerung 7 Punkte weil wir äh das Ziel halten und wegen gefangenen Erbe noch ein bisschen was dann werden wir doch mal die Forderungen durchsetzen unsere Leute auflösen und Moment Entschuldigung äh was ist denn hier was hat denn hier schon irgendwas mal drin gebaut also was ist unsere und wo wurde schon was gebaut da steht auch noch nichts ok das würde ich behalten das natürlich und das würde ich auf jeden Fall auch behalten ich würde erstmal Möhre abgeben an ihn hier ja Möhre ich würde die Möhre abgeben äh hier kriegst Möhre Titel vergeben damit wir einfach nicht mehr überm Limit sind ach das kotzt ein bisschen kotzt mich ein bisschen an dass das hier alles überlappt aber wir haben ja keine Gefangenen mehr klasse ein Hofarzt wäre halt noch gut ähm ok Gäste ja ja ich würde nochmal kurz ein was schauen leider niemand da schade 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 Schokolade ja gut was soll man dazu noch sagen ja wir werden jetzt einfach mal hier so ein paar Namen einfach so äh vergeben äh ist er eigentlich schon durch mit seinem ne soll er noch machen passt schon äh Juhu befreundet ähm Verbündete äh gegen wen würden wir denn kämpfen also wir würden mit Dublin kämpfen gegen ihn hier äh ja mit ihm gegen ihn die kurze schnelle Frage ist ähm wie viele Truppen hast du 417 und er hat 141 ja können wir machen aber ich weiß nicht ob ich hier rüber fahre es sei denn er braucht auch okay er braucht meine Unterstützung nachdem ich einen neuen Vorzug mir geholt habe so ähm dann werde ich mal alle meine Armeen ausheben und dann werde ich mal kurz meine Eroberung auf Eis legen und meinem guten Kumpanen helfen und einfach mal dahin fahren so passt unser Ruhm ist weithin bekannt yay wir sind nun hervorgetan kurz vor Eluster ach ja 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 dann werden wir das wohl machen oh äh Mist ähm äh Freundschaftskomplott yay solange es kein Kompott ist solange es kein Kompott ist Geschichten aus der Wildnis ja ne von mir würde es eh nicht annehmen ich lauf einfach mal kurz hier runter oder auch nicht und werde damit alle auflösen sehr schön so hm hm dann können wir ja bei uns weitermachen kurze Frage nein das war nicht die richtige das ist das Richtige Schweden was gehört denn alles noch zu Schweden hier unten hier unten hier drüben ok Königreich von Samisch ok äh ich hab genügend Jure ich muss noch ein Herzogtum Titel erschaffen und 250 Gold anhäufen ja was für mich bedeutet 1400 naja dass ich erstmal noch nichts weiter machen werde aber oh sehr schön und ich